Moin Leute, ich bin's mal wieder. Äh, ja. Ich werbe mich mal wieder nach langer Zeit. Ähm, ja, ich muss echt lange überlegen, wo ich die Kamera hinstelle und wo ich sie hinmache. Ich hab jetzt einfach mal da oben hingestellt auf, äh, auf die, ähm, ach, wie heißt's, ähm, ja, aufs Regal. Äh, ist mir egal, Schausregal, irgendwie soll ich, glaub's, ja, egal, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie sag ich besser, wenn ich so, ich sag du oder ihr. Ähm, also, ja, also ich mein, keine Ahnung, wenn ich sag ihr, äh, ja, ähm, ähm, zum Beispiel, wenn ich frage, was macht ihr so, sag ich jetzt fragen, macht ihr so oder was machst du so. Was macht ihr so, das heißt nicht so, was sieht's mäßig an. Wär genauso, oder wie, es wär komisch, wenn ich plötzlich mein Kumpel siezen würde, könnten sie bitte mal herkommen. Das war ja grad zu alt, wenn ich den App mal kennengelernt hätte. Einmal mal anderes Licht drin, das sieht mir einfach gar nix. Ähm, einmal. Einmal. Zweimal. Komm schon. Und dreimal. So. Ja, passt, ne Licht, da hinten hab ich auch noch eins, aber das sieht man ja eh nicht, von daher. Ist dann auch egal. So, ich, hoffe, ihr seht mich ein bisschen. Ich hab auch hier ein Licht, ähm, falls es gut dunkel ist. Ne. So, ist angenehm, glaub ich. So, ähm. Ihr seht mich auf jeden Fall. Ich war vorher bei Lidl. Lidl lohnt sich. Und, äh, Sorge, die musste sein. Und, äh, Ja. Man muss echt mal zur Kasse gehen. Und dann einfach mal loslegen. Lidl lohnt sich. Vorher war ja der Einzige an der Kasse, der ich machen müssen. Naja, egal. Mach wieder nächstes Mal. Ähm. Gut, ich hab zum Abendessen diesmal keine, keine Ressorts oder Toschbrot oder was ich dann so hab. Sondern, solche Teile da. Ich schuhe mal kurz dann raus. Dann seht ihr wieder gar nichts. Also, so, so sehen die aus. Mal gucken, ob ich hier, dass ich mir mitgehe. So, so sehen die aus. Innen drin, ähm, da ist, äh, ich weiß nicht, was es ist. Es sieht aus wie Spinat oder irgendwas. Die Dinger, das ist irgendwas türkisches. Weil, weil, die heißen nämlich, ähm, Börek-Stange. Das hört sich sehr türkisch an. Dann hab ich auch noch grüne Oliven. Und das war's eigentlich auch schon, ja. Hm. Oh, grüne. Boah. Hm. Ey, grün mich mal, aber ich fäng geil. Also. Hm. Hm. Ja, müsst ihr euch auch mal holen. Schmeckt gut. So. Dann, ähm, auf meiner Kamera hab ich ja bisher eine 8 Giga, doch, 8 Giga, weil ich, äh, Spätigkeit ist drin. Ähm. Ja, ähm, ich hab jetzt aber vor, ich hab mir mal ein 32 Giga Beitrag gemacht. Besser ist immer mehr. Besser ist immer mehr. Mehr ist immer besser so rum. Äh, die 8 GB ich drin hatte, hab ich jetzt in meinem Bilderrahmen drin. So ein digitaler Bilderrahmen. Ähm. Und die 4 GB, die im Bilderrahmen drin war, ja, wo ist die? Die ist, äh, hier. Ja. Das ist scheiße, weil jetzt, wenn ich irgendwas zeigen will, muss ich extra aufstehen. wenn die Kamera da oben hängt, sitzt. Hab ich echt keinen Bock jetzt. Aber da auf jeden Fall ist sie hier drin. Die ist schneller. Also ich weiß nicht, wenn ich das machen soll. Wie dann? Witzig. Ach, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Ja, nach dem Bürok, Bürok, oh Gott, wie heißen die? Bü, Bürok-Stangen. Kommen die Oliven dran. Grüne Oliven. Ein Stein, weil, ja, mit Steinen, aber Popeln, hab ich ganz so Bock drauf. Ähm, ja. Äh, gut. Ähm, Jo. Heute Sonnestag? Ist schon wieder woher rum. Ui. Nachher geh ich noch, äh, Muckis, Fitnessstudio. Ähm, ja. Wann mach ich sonst noch heute? Hm. Weiß ich auch nicht. Ähm, Video zusammenschneiden? Ha, ha, ha. Ne, aber sonst hab ich eh keine Ahnung, was ich noch machen soll. Grüne Oliven, hab ich schon erzählt. hab ich. Oh je. Bleh. Jo. Was soll ich da groß erzählen? Also eigentlich, find ich. Ja. Ähm. Eigentlich war's auch schon. Da ist so ne, Klammer für, die Aktion kam, Action Camp. Und, ja, die wollte ich zuerst hier am PC dran pappen. Aber dann, der Bildschirm, der sah so komisch aus. Kennt ihr das, wenn man Bildschirm ein bisschen rein, der riecht so minimal, dann sieht sie so komisch aus, aber das ist, einfach dabei verreckt. Ähm, ich lach mal lieber, bevor der kaputt geht. Jo. Ja, da oben, sitzt der glaube ich auch gut. Ja, und echt keine Ahnung, wo ich noch hin machen soll. Am Fernsehen, glaube ich auch schon probiert, aber, ja, ist ja auch ein bisschen kackig. Ja, das ist ja auch schon. Ja, das ist ja auch noch. Das ist ja auch schon. Ja,